Dieses zu erwerbende 9 Zimmermehrfamilienhaus liegt in Dortmund. 1953 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über vier Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 585 m2 weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 225 m2 auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 258.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.